Die besten deutschen Handballer gegen eine Weltauswahl der stärksten Liga der Welt. Das All-Star-Game des deutschen Handballs 2016. Am 5. Februar ist es soweit. Nürnberg wird für einen Abend zur Handball-Metropole. Der nächste Höhepunkt direkt nach der Europameisterschaft in Polen. Seid live dabei, wenn die HBL-Stars nach der EM empfangen werden. Vielleicht ja sogar mit der ein oder anderen Medaille im Gepäck. Als weiteres Event des unvergesslichen Tages nimmt es außerdem der Lokalmatador Erlangen mit der B-Nationalmannschaft auf. Trefft eure Idole, sammelt Autogramme und feiert mit den Maskottchen der DKB-Handball-Bundesliga ein großes Handballfest. Sichert euch jetzt die letzten Tickets für das All-Star-Game 2016.